Und sich Fidlin Radley Wine nennen und aus Ihrem Namen dürfen wir auch auf Ihres Markenzeichen, auf Geigen oder eben auf Fidlin schliessen. Heute Abend sind Sie im Restaurant Börse in Zürich zu hören, zuerst aber jetzt noch bei uns im Karussell. Ich wünsche viel Vergnügen, einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020